Hallo zusammen, hier ist wieder Heutelah und heute bin ich wieder für euch in Battlefazard unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Pet-Guide präsentieren. Ich bin nämlich hier einmal in der Beutebucht, aber ich habe ein BFA-Pet für euch. Und zwar habe ich eine Quest bekommen, wo wir nach Beutebucht gehen müssen und hier dann ein intaktes Hühner-Hirn-Pet quasi bekommen, was ein bisschen anders im Pet-Channel heißt. Wo ich diese Quest herbekommen habe, möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen. Wir haben das nämlich einmal im Grundsteig anwesend bekommen, dass es die Instanz in Drust war. Und da können wir uns dann einmal quasi hier unten die Map angucken. Und hier ist so eine Küche. Warte, ich mache euch das mal ein bisschen groß. Hier ist so eine Küche und das erste Mal, wo ich in der Instanz drin war, haben wir hier die ganzen Mobs gekillt in der Küche. Und dann lag auf einmal so ein Fleischstück auf dem Boden, das uns eine Quest gegeben hat. Die Quest habe ich angenommen und das ist dann genau die Quest hier, die ich hier habe. Ich weiß jetzt nicht, ob die jedes Mal da liegt, ob ihr das jedes Mal beim ersten Mal kriegt, ob das ein Random-Drop ist, ob das selten ist. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, ich gebe die Quest jetzt mal ab und wir finden das heraus. Und zwar, wie ihr seht, bin ich quasi schon einmal hier in Beutebucht und kann hier bei dem Gnom das abgeben. Und dann einmal das Pet lernen. Und ihr seht, das ist ein rachsüchtiges Huhn. Und jetzt schauen wir mal, ob man das verkaufen kann. Also das sieht schon mal sehr cool aus. Warte mal, wir tun es jetzt erstmal benutzen. Hier hinten ist es ganz klein hinter uns. Warte, ich schaue mal, ob ich ein wenig näher hin kann an das rachsüchtige Huhn. Ob ich da, ähm, ja, okay. Also da unten seht ihr es. Da ist es, das rachsüchtige Huhn. Sieht schon cool aus. Ja, jetzt gucken wir als nächstes, ob wir es verkaufen können. Und zwar packen wir es. Ah, wir können es einmal in den Käfig packen. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Und Preise habe ich jetzt gerade nicht dran, weil ich anscheinend mein Auktionshaus-Add-on nicht geupdatet habe. Aber wir können jetzt mal schnell, einfach für den Spaß, das mal gucken, was im Auktionshaus wert ist. Man möchte es natürlich eigentlich nicht ins Auktionshaus schmeißen. Warte. Ja, ja, 200 Jahre ist das alt. Schauen wir mal, ob er irgendwas findet. Im Moment auf Antonidas lag das alles ein bisschen. Und mir kommt es so vor, ob das bei dem Ding auch noch ein bisschen, naja, 30.000. Ich vermute mal, dass es random ist, dass es in der Instanz droppt oder dass die Quests da droppt. Deswegen sollte das, also nur deswegen denke ich, dass es so viel wert ist. Weil sonst wäre das Ding keine 30.000 wert, wenn man es jedes Mal bekommt. Ja, das war es eigentlich mit dem kleinen coolen Video. Ich denke, ihr müsstet mal einfach gucken, ein paar Runs machen. Schaut mal, ob ihr es auch kriegt. Wie gesagt, ich hatte es gleich im ersten Run drin gehabt. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen, der am Pet sammeln ist. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.